Hey Leute, heute sind wir mal wieder in WW2. Heute werden wir wieder online zocken. Ja, äh, yo. Wir sind gerade schon in einer Runde. Hinter mir. Ja, wo wir wahrscheinlich gewinnen werden, wie es hier gerade so aussieht. Hoffentlich. Ja, wir haben gewonnen. Nice. Die Alliierten haben gewonnen. Und habe ich wieder lassen. Game of Peace. So ist es ein Neipach? So ist ein Neipach, oder? Oh man, leider war der Bildschirm da noch drin, halt nicht so im Zoom. Weil ohne wird es glaube ich noch besser aussehen. So, okay. Äh, wie viel stehe ich? 13.13. Okay. Okay. Na ja, geht. Geht für den Anfang völlig klar, oder? So. Okay, gib mir 5. Gib mir 5.4. In die Luft, weil ich sonst keine Freunde habe. Oh, Level 19. Perfekt. Zeit. Valpris die Schmerz oder? Oh, Freischalt token. Schrotflindel. Gott, blah. Hörl, da geht es mal gleich ein Kruppeln. Ähm, machen wir mal eine neue Waffe oder? So. was gibt es hier sonst noch so die M1 Grand das sind die harten leichtes Maschinengewehr Scharfschütze Schroffeln ganz sicher nicht ich probiere mal die M1 aus mal sehen wie die so ist Pistol habe ich nur die eine Schaufel Level 35 ok Punkteserien, Aufklärungsmine, Gleitbombe das Akte, Gesichter Leute man kann ne nehmen den Anfangsbäuer Visitenkarte oder wie auch welche Schnellfeuer gewöhnlich wird auch welche ungewöhnlich selten gewöhnlich gewöhnlich keine ungewöhnlichen Herausforderungen habe ich glaube ich noch keine oder? doch da hat Zombie Kommt, ich weiß, wer das Zombie-Ding Emblem, man kann hier auch Embleme machen Na ja, man kann selbst Embleme machen jetzt machen wir einfach mal das ähm Herausforderungen, Killer äh okay Mami wollte gerade den Atlantic auf Fake machen hey, 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 hey äh, kenne ich die Map ähm ja, ich kenne die Map und die Map geht völlig klar, finde ich gibt's zwar auch Hedlitz für eine Menge aber die geht so, erstmal jetzt die andere Waffe jetzt hier testen wie die so ist die M1 so okay, M1 bist denn du der M1 okay die erinnert mich an irgendeine BO1-Waffe, oder? oh ne, One-Shot, nein, 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 da halt immer weg oh man, ich muss die spielen oh Gott ich hasse solche One-Shot-Waffen, muss man immer trickern oh Gott, ich dachte schon obwohl, ich glaub, damit kann man gut Pist klauen, oder? alle, wie der's nach oben zieht wohl mir wurde der grad geklaut okay, meine Lieblingswaffe wird auf jeden Fall nicht, das kann ich euch versichern ja, man kann einfach nix damit machen, so dies, na ja, geht's eigentlich nur da gibt's grad keinen Schalter noch keinen ne, das ist kein, wo ich grad feil geschalten hab ich dachte, das wär in diesem Moment, wenn man immer denkt, das ist ein Gegner, wo es der teammate ist oh je je das sieht man so oft, das glaubt ihr gar nicht da kann man nicht drauf, okay ich kann da hoch ich stehe hier welche und der andere noch wir brechen ihn in das Rückgrat als Napperer, ohne Pro-Hardscop so, schall den Pfarrer auf kommen wieder die Best-Rappen aber bis jetzt finde ich wirklich die Waffe am besten hinter mir und ich hatte keine Immunie mehr wir halten das nicht durch ja, 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 ganz ruhig komm da gleich mit harten Geschützen hier, obwohl ich hier bloß die, was weiß ich, was ist es, Granate, 1P ich glaub damit habe ich noch keinen geklärt ne mal Hitmanke oder, mal sehen ob ich dies mankel hm, gar niemand Reflexe wie ein Tier da wär einer gewesen ja, ein davon von zwei ja wahrscheinlich ich hab da mehr in die Mitte geschossen ok grüße gerne an dich, WW2 hm aber guck, ich zeig euch mal ich mach jetzt mal den Schalldämpfer weg wenn jetzt halt ohne Schalldämpfer zockt ich mach natürlich mehr Schaden, das ist klar aber dafür wissen die halt, wo ich bin weil dann kommen direkt welche zu mir guck, turn on schöner turn on hat nach oben gezogen, weil zwei auf mich geschossen haben so, geh mal nochmal hin und hol den jetzt mal weg oder hä, wo ist der ich dachte, der wär oben das hat irgendwie nach oben gezeigt rechts ja feindliche Vorräte entdeckt unterbindet feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft feindliche Vorräte ah 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 sind die alles so drei aber ich mach wieder Schalldämpfer drauf weil sonst wissen die, wo ich bin hey, war meiner außer das war mir dann ein Teammate assist mit Cloud zu mir jetzt diesmal ich werde mit euch je wort getötet wie am anderen aber guck mal, wenn das so vorbeiläuft, ne man sieht aber auch keinen Namen, hab ich grad gesehen dass da nicht immer ein Namen angezeigt wird kein Wunder, dass ich ihm auf meine Team Teamkameraden schieße wenn ich denk, dass er ein Feind ist das ist einfach fast immer einer oh Gott so hey hinter mir ist mir noch ich hab nur noch gerettet man kann da so richtig gut campen wirklich aber ich möchte mich nicht so niedersetzen in so eine Ecke ich hoffe hinter mir ist jetzt gleich keiner hä sind die hä sporn doch wo ich grad war oder nicht man scheint wieder beim anderen sporn da ist einer aber den kann ich schwer holen doch, den kann ich gut holen schau schau dass jemand in der Gegend da so, lauf wieder meinen normalen Weg he 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 wohlt ich lauf diesmal hinten rum oh Gott jetzt halt wissen die dass ich da bin oh Gott, was ich muss grad rausgehen ey, die sind überbauert die müssen ja ein bisschen runter schrauben die Dinger da die 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 Dinger keine Ahnung, die wo explodieren die wo aussehen wie Tomahawk am explodieren wie eine Bombe feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft hä? wie kommt der da wieder hoch? feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft so, da gibt's auch einen ach so hei hei fuck, wir sind grad am verlieren obwohl, naja wir könnten noch aufholen wir müssten uns nur anstrengen, Leute ja, der kommt wahrscheinlich gleich wieder von da hey, wurde von hinten und von vorne angeschossen ok ok, wir haben's verloren, Leute wir haben sowas von verloren wir können da glaub ich nicht mehr einholen aufholen feindliche Bombe im Anflug, in Deckung feindliche Bombe geht auf mich wetten, wetten, wetten wetten oh, doch oh mein Mann, Leute grad noch so pfff pfff Mann ja, die haben gewonnen Glückwunsch an die hier trotzdem hat mein Team noch eine Drohne als ob die jetzt halt keinen Kill mehr machen komm, ich will Lasted sein oh naja, trotzdem positiv oder, äh, wieviel hab ich 18 14 ja am nächsten positiv und nicht negativ wie der eine da unten 0 13 meine erste Runde war ich sogar positiv und der hat 0 13 ok, ne ich war neutral bei meiner ersten Runde wieviel hatte ich denn da 11 11 oder 15 15 14 14 irgendwie so so, wenn ich halt jetzt wüsste wie lang schon die Aufnahme ist Leute, kleiner Hinweis das bricht immer 15 Minuten ab also nicht wundern wenn ich dann auf einmal weg bin von mir jetzt direkt aber da verlass jetzt mal, ich glaub wir spielen jetzt ja was anderes oder verdiente Vorzieferung 2 oh nice Level 20 Aufstieg Perfekt so nächstes Vorzieferung nice das öffnen wir dann noch schnell hab ich verlassen, ja Hauptquartier und mal schauen was wir bekommen ähm, hä ihr habt's doch selber grad auch gesehen verdiente 1 oder 2 mal doch da grad gestanden jetzt bin ich verwirrt jetzt muss ich in die Ecke okay hello darkness my old friend 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 haha diese Moment wenn man nicht weiß okay ähm ich hoffe mal das hat schon über 10 Minuten ja hier ist für mich so n n m warte mal sagen dann hüpfte ich noch um die Ecke und pf 2 0 denn dann überhaupt auch hoch Punkt ist hier hallo 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 scorestreak training range ja ich kann aber dann nicht mal hoch hallo hallo aber Leute es wär's dann mit dem Video gewesen ich hoffe euch hat's gefallen dass sie auch mehr sehen wollte ähm ja und schön Leute able g mal zum 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 k mal os zum